Trimax wurde auf seiner großen Deutschland-Tour mit Knossi gestreamsniped. Oh, das ist so ein Albtraum. Wir sind Streamsniper! Kann ich in Fortnite kommen? Die ganze Schule kommt jetzt. Ich liebe dich. Okay, danke, Mann. Trimax, kannst du mich adden auf Fortnite? Nee. Du bist der beste Snipfer. Ich hab doch gesniped in Fortnite, da wart ihr gar nicht auf der Welt. Wie findet ihr die Reaktion von Trimax? Zu hart oder genau richtig? Ich mein...